Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik, das ist unglaublicherweise die 41. Folge, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, ich habe eben extra nochmal nachgucken wollen, weil ich dachte, ich muss mal schauen, wie viele Folgen du jetzt mittlerweile gemacht hast, denn ich gehe ja tatsächlich schon bald in die zweite Staffel und dachte mal, wow, 41 Folgen, meine Herren. Also ja, es ist heftig, wenn man drüber nachdenkt, wie das alles so angefangen hat bei mir und wo ich heute bin, ist das schon heftig. Also erstmal möchte ich mich herzlichst bedanken für eure Rückmeldungen, für euer Feedback auf den Social-Media-Kanälen, das ich immer wieder bekomme. Das tut sehr, sehr gut zu hören. Ich kann tatsächlich diese Podcast-Folge heute auf meiner Couch aufnehmen, ich sitze bzw. ich liege sogar auf meiner Couch und kann diese Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin ein bisschen zerstört. Ich hatte heute Morgen das Astau-Seminar, was ich gehalten habe, also das Seminar meiner Hochschule, an der Musikhochschule Köln. Und das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr, sagen wir mal, es hat mir sehr viel Kraft gegeben danach. Es gab unfassbar liebes Feedback. Das hat mich sehr umgehauen. Ich bin auch immer noch ein bisschen emotional, aber ich dachte, aus dieser Dankbarkeit heraus, die ich gerade verspüre, möchte ich heute die Podcast-Folge für heute aufnehmen. Also für die Montags-Folge dachte ich mir, ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn ich ein bisschen emotional bin. Ich danke euch erstmal vielmals für die ganze Rückmeldung. Und ich kann euch wirklich sagen, ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme. Studierende, die mir erzählen, wie es ihnen hilft, meine Podcast-Folgen zu hören, meine Blog-Artikel zu lesen, es ihnen im Alltag wirklich hilft, im Studienalltag oder im Berufsalltag, dass es sie weiterbringt. Das ist genau der Grund, warum ich das hier mache. Deswegen möchte ich auch aus diesem Gefühl heute, was ich gerade habe, mit Wärmflasche und Decke auf der Couch liegend, möchte ich heute die Podcast-Folge aufnehmen. Ja, und ich habe euch abstimmen lassen und ihr wart auch wieder sehr, sehr, ihr wart euch alle einig, kann man sagen. Zu 100 Prozent wolltet ihr das Thema Konzentration beim Üben. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber ich wollte das trotzdem nachfragen. Ich wollte einfach nachfragen und auch das tut mir sehr gut, mit euch in den Austausch zu gehen und nachzufragen, was euch jetzt gerade bewegt, was euch gerade interessiert. Und ich mache ja eben die Folgen für euch und nicht für mich. Also deswegen kommt heute das Thema Konzentration beim Üben. Was ich natürlich in Anbetracht der aktuellen Situation sehr nachvollziehen kann, dass das ein Thema ist, was euch interessiert, aber auch außerhalb von der aktuellen Zeit ist das ein Thema, was ich wichtig finde zu besprechen. Deswegen steht es auch schon sehr, sehr lange auf meiner Podcast-Liste, die ich noch machen möchte mit Themen. Aber ich finde es jetzt in der Zeit auch sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Studienzeit mittlerweile und Übezeit. Ich übe ja auch schon gute 10, 11 Jahre auf dem Niveau, auf dem ich heute bin. Also nicht, dass ich damals schon so spielen konnte, aber ich habe schon so mit 15, 16 angefangen, wirklich sehr effizient zu üben und viel zu üben. Das heißt, das Thema Konzentration beim Üben beschäftigt mich jetzt nicht erst seit gestern. Und genau genommen müsste ja eigentlich, ja, finde ich, sollte das ein Thema sein, womit man sich beschäftigen kann im Studium, ob das jetzt mit dem eigenen Hauptfachlehrer ist oder mit Studienkollegen, was anderes. Aber das sind genauso Themen, über die nicht gesprochen wird. Also das sind, ich will nicht Tabuthemen sagen, weil das ist falsch, das ist kein Tabuthema, sondern das sind alles so Sachen, da redet irgendwie keiner so wirklich offen drüber. Und das finde ich so schade, weil man kann ja voneinander lernen. Auch ich kann mir irgendwie Dinge anhören von anderen Studienkollegen, die mir sagen so, hey, probier doch mal das und das. Und sage ich, boah, coole Idee, werde ich mal ausprobieren. Nichts anderes mache ich ja gerade. Deswegen, ja, Konzentration beim Üben. Den ersten Tipp, den ich für euch habe, den werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon erahnen können, dass er kommt, aber ich muss ihn ganz, ganz deutlich aussprechen, ist Finger weg vom Handy. Und zwar im doppelten Wortsinne, beziehungsweise Satzsinne. Wenn ihr also ein Stimmgerät und ein Metronom extern habt, also so ein mit Batteriebetrieb, vielleicht kennt ihr das noch. Wenn ihr sowas habt oder wenn ihr euch sowas zulegen könnt, dann macht das. Ich weiß, ich habe dasselbe auch sehr, sehr, sehr lange so gemacht, dass ich meine, auf meinem Handy einfach die App hatten, also die, die Apps hatte, Metronom und, und Tuner, so. Und dann habe ich das halt mit dem Handy gemacht. Wenn ihr das macht, dann tut euch den Gefallen und haut den Flugmodus rein. Der Flugmodus ist eine unfassbar tolle Erfindung, nicht nur, wenn man fliegt, sondern wenn man nicht gestört werden möchte. Es gibt natürlich auch diese Nichtstören-Tasten und sowas bei den Handys, das weiß ich, aber was wirklich zieht, ist das Flugmodus. Das Flugmodus. Der Flugmodus. Denn allein die Tatsache, dass das Handy auf dem Notenständer steht und da vor sich hintickt mit Metronom oder mit dem Stimmgerät eben offen ist und ihr macht den Flugmodus nicht rein und ihr habt die Benachrichtigungen drin, selbst wenn ihr das Handy nicht laut habt, ihr wisst genau, was ich meine. Es blinkt auf einmal eine Nachricht auf oder man sieht, dass da irgendwas Neues ist und unser Gehirn ist nun mal darauf trainiert worden in den letzten Jahren, wenn da was Neues auf dem Handy ist, da muss ich gucken. Ich könnte was verpassen. Und das ist beim Üben natürlich überhaupt nicht hilfreich, um konzentriert zu bleiben. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, ist tatsächlich, den Flugmodus reinzumachen. Wenn ihr also euer Handy benutzen müsst, wegen Apps, weil ihr jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit habt, das mit einem anderen Gerät zu machen, dann macht den Flugmodus rein und lasst ihn drin, bis ihr fertig seid. Vertraut mir, nichts ist so wichtig, dass es nicht auch mal eine Stunde warten kann. Wenn ihr dann Pausen macht beim Üben, was ich sehr empfehlen kann, natürlich Pausen zu machen, da komme ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf, zu sprechen auf das Thema Pausen. Wenn ihr dann Pausen macht, kann man immer nochmal kurz den Flugmodus rausmachen und gucken, ob irgendwer Wichtiges angerufen hat, aber ihr kennt es. Man denkt immer, es ist so wichtig, dass man, also es könnte so was Wichtiges kommen, ein wichtiger Anruf oder so und deswegen lässt man das alles an und es passiert gar nichts. Und wenn wirklich was Wichtiges passiert, wenn jemand Wichtiges anruft oder so, dann ruft der auch nochmal an. Dementsprechend, tut euch den Gefallen und macht den Flugmodus rein. Jetzt komme ich zum Thema Pausen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Konzentration beim Üben grundsätzlich schlechter ist, wenn ich weniger Pausen mache. Ich habe dann irgendwann mit der Pomodoro-Technik begonnen zu üben und das war mein Game Changer. Ich wollte da eigentlich auch noch eine eigene Folge zu machen, vielleicht mache ich das auch nochmal ein bisschen genauer, um da auch ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen, aber jetzt möchte ich das erstmal kurz erklären. Die Pomodoro-Technik ist aus dem Zeitmanagement, das ist also nichts, was irgendwie aus der Übemethode kommt oder so. Das bedeutet, dass ihr 25 Minuten spielt, übt, aktiv spielt und 5 Minuten Pause macht. Man kann das auch machen 20-5 oder 30-10. Das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ich muss sagen, die effektivste Zeiteinteilung für mich ist 25-5 und manchmal mache ich auch 20-5. Das kommt ein bisschen drauf an, wie mein Tag so ist. Wichtig ist aber, dass ihr nach einer kürzeren Einheit auf jeden Fall eine kurze Pause macht. Und in dieser kurzen Pause kann man alles Mögliche machen. Man kann kurz auf Toilette gehen, man kann irgendwie sich was zu trinken holen oder eben was trinken. Man kann mal das Fenster aufmachen, lüften, atmen, wirklich Pause machen und bitte, bitte tut euch den Gefallen. Selbst wenn ihr den Flugmodus kurz rausmacht, geht nicht auf Social Media, geht nicht irgendwie auf WhatsApp, E-Mails checken oder so in diesen 5 Minuten. Das wird nichts. Vertraut mir. Das unterbricht eure Konzentration. Eine kurze Pause von 5 Minuten, in denen ihr Dinge tut, die euch in den nächsten 25 Minuten wieder mehr Konzentration schenken, sind sehr viel hilfreicher, als dann irgendwie das Handy anzumachen, Social Media zu scrollen, denn das hat mit Pause nichts zu tun. Pomodoro-Technik ist also sehr empfehlenswert. Probiert es mal aus. Ich habe bisher bei allen Seminaren, die ich gemacht habe oder allen Studienkollegen und Kolleginnen, denen ich das mal empfohlen habe, zu 100% die Rückmeldung bekommen, dass es ihnen geholfen hat. Denn ganz oft machen wir den Fehler, dass wir dann zu lange üben über den Punkt hinaus, wo wir wo wir noch Konzentration haben. Und es geht jetzt ja auch heute um Konzentration beim Üben. Das heißt, wenn ich über diesen Punkt hinaus übe, wo ich müde werde, wo ich merke, boah, ich mache Fehler oder wo ich merke, so langsam mein Rücken verspannt sich, meine Hände werden fest oder meine Füße, je nachdem, was ihr halt benutzt beim Spielen oder beim Singen, dass irgendwie alles nicht mal so richtig rund läuft. Also, ihr kennt genau diesen Punkt, wenn ich jetzt davon rede. Es gibt so einen Moment, wo man merkt, oh, scheiße, jetzt ist, boah, jetzt muss ich echt mal dringend eine Pause machen. Ich kann euch sagen, der kommt dann schon so 10, 15 Minuten zu spät. Denn das ist ja alles verzögert. Das mit der Pomodoro-Technik beugt das vor. Das heißt, man macht einfach viel früher Pause und nicht erst dann, wenn man müde wird oder wenn man merkt, das geht nicht mehr. Weil wenn man merkt, das geht nicht mehr, dann ist man auch eigentlich schon platt. Wenn man sie wirklich 60 Minuten durchübt, ohne Pause, das ist nicht wirklich förderlich. Mal abgesehen davon, dass wir aus der Neurowissenschaft, also aus den, genau, aus der Hirnforschung, um das jetzt ein bisschen leichter zu erklären, aus der Hirnforschung wissen wir, dass wir in den Pausen lernen. Also unser Gehirn lernt vorrangig in den Pausen. nicht im aktiven Modus. Vor allem natürlich, wenn wir schlafen, aber auch in den Pausen. Das heißt, während ihr dann nach einer Übereinheit, wenn ihr euch dann hinsetzt und was esst und euch mit Leuten unterhaltet oder wenn ihr abends dann irgendwie euch vielleicht noch einen Film reinzieht oder ein Buch lest oder euch dann irgendwann schlafen legt, in dieser ganzen Zeit arbeitet euer Gehirn weiter für euch an dieser Sache, die ihr aktiv geübt habt. Das Wissen muss man nutzen. Das bedeutet, Pausen sind nicht Schlechtes, sondern Pausen sind was Gutes und guter Schlaf zum Beispiel ist auch wichtig für konzentriertes Üben, weil wenn man nicht gut schläft und wenn man müde ist und wenn man irgendwie so ein bisschen oder verkatert ist oder so, dann kann man natürlich nicht konzentriert üben. Wie soll das gehen? Also die Voraussetzung für konzentriertes Üben ist ja schon mal ein guter Wachzustand, also fit zu sein im Kopf, natürlich auch irgendwo körperlich fit zu sein, ausreichend geschlafen zu haben und wenn man dann noch während der Übephase ausreichend Pausen macht und ich rede nicht davon, dass die Pausen länger werden sollen als die Übereinheiten, dann habt ihr das mit der Pause falsch verstanden, sondern wirklich eine aktive Übezeit haben und wissen, okay, nach 25 Minuten mache ich jetzt eine Pause. Diesen Modus könnt ihr jetzt mindestens, also, nee, Entschuldigung, maximal viermal wiederholen, das heißt, am Ende wärt ihr dann bei zwei Stunden und dann braucht das Gehirn eine etwas längere Pause. 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten und ich habe mit dieser Pomodoro-Technik meinen Bachelorabschluss vor zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren vorbereitet und habe damit wirklich sehr viele Stunden am Tag geübt, natürlich auch nicht am Stück, das heißt, ich habe dann irgendwie morgens zwei gemacht, mittags noch eine und abends noch mal zwei, aber immer mit dieser Pomodoro-Technik und ich war abends nicht platt. Also, ich war müde, natürlich ist man müde nach einem Übetag, aber ich war nicht platt, das ist ein Unterschied, ob ich müde bin und merke, okay, du brauchst jetzt Ruhe und du musst dich jetzt entspannen und gehst schlafen oder gehst sogar früh schlafen oder ob ich mich abends so fühle, als ich mir einen Lastwagen über die Birne gefahre. Das sind zwei verschiedene Zustände, zwei völlig verschiedene Zustände und wenn man diesen Lastwagen-Modus zu oft hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Übereinheit irgendwie nicht mehr gut funktioniert und nicht rund läuft und man vielleicht mehr Fehler sich am Ende einübt als richtige Noten. Das ist natürlich auch fatal. Pomodoro-Technik, also sehr zu empfehlen. Dann, natürlich ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Das sind jetzt eigentlich alles eher so Hirnforschungstipps, die ich euch gebe, aber genau das ist es. Wenn wir konzentriert üben wollen und üben, warum brauchen wir jetzt ja gar nicht drüber zu diskutieren, üben ist eine hochkomplexe, kognitive, wie motorische, anstrengende Tätigkeit, das können wir nicht besoffen machen, das können wir auch nicht machen, wenn wir extrem am Arsch sind und müde sind. Das funktioniert dann alles nicht und die Konzentration oben zu halten, wenn man anfängt zu üben, das ist auch nicht so einfach. Deswegen, Flüssigkeit ist unfassbar wichtig. Ob ihr das jetzt in Form von Tee zu euch nehmt oder Wasser, ist egal, aber Flüssigkeit, also nicht Flüssigkeit plus Zucker, das meine ich nicht, ich rede nicht von den Softdrinks, sondern ich rede wirklich von Wasser, meinetwegen Wasser mit irgendwie Ingwer, ich trinke zum Beispiel wahnsinnig gern Ingwerwasser oder Ingwerzitrone, auch kalt im Sommer oder halt aufgebrüht, heiß und dann abgekühlt und so weiter oder halt ihr macht euch Tee, ihr macht euch ne Kanne Tee und nehmt die mit zum Üben, wenn ihr in die Hochschule fahrt oder wenn ihr zu Hause jetzt sowieso übt, dann macht ihr euch halt einfach in euren Pausen einen Tee und füllt eure Flüssigkeitstanker wieder auf, denn ihr werdet dadurch, dass ihr diese kognitiv und motorisch anstrengende Tätigkeit ausübt, definitiv Durst bekommen und den müsst ihr stillen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn ihr lernt oder so, also solche Tätigkeiten, wenn das Gehirn sehr beansprucht wird, das zieht Flüssigkeit, nicht nur Sport zieht Flüssigkeit, sondern auch, wenn wir kognitiv anstrengende Tätigkeit machen, also ausreichend trinken, das kommt jetzt von mir, ja, nicht nur Kaffee. Ich habe zum Beispiel irgendwann, weil ich wirklich sehr gerne und viel Kaffee trinke, mittlerweile nicht mal ganz so viel wie früher, aber ich trinke einfach sehr, sehr gerne Kaffee. Ich liebe den Geschmack und es ist einfach voll mein Ding und wer jetzt da draußen auch so ein Kaffee-Junkie ist, wie ich weiß, was ich meine. Ich habe mir aber irgendwann angewöhnt, für jede Kaffeetasse, die ich mir dann gemacht habe, mindestens zwei Gläser Wasser zu trinken, mindestens. Also 500 bis 600 Milliliter Wasser auf eine Kaffeetasse. Nicht, weil ich denke, dass Kaffee dehydriert, das glaube ich gar nicht. Ich meine sogar irgendwann mal einen Beitrag darüber gelesen zu haben, dass das Quatsch ist. Aber bei der Wissenschaft wissen wir, da scheiden sich die Geister. Also ich mache das jetzt nicht, weil ich denke, der Kaffee dehydriert mich, sondern einfach nur, weil ich Angst habe, dass ich mehr Kaffee als Wasser trinke, weil ja Kaffee so gut schmeckt. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, gut, ich mache mir, wenn ich mir eine Kaffeetasse auf Brühe, beziehungsweise wenn ich mir halt einen Kaffee mache, dass ich dann mindestens zwei Gläser Wasser drauf trinke. Also ich habe sowieso auch viele relativ große Gläser hier zu Hause und da mache ich mir einfach ein großes Glas Wasser, was ich dazu auch trinke. Das ist ein kleiner Tipp jetzt für die Kaffee-Junkies unter euch, weil wenn ihr Tee trinkt, ist auf jeden Fall schon mal genug Flüssigkeit da. Was ich persönlich, das ist wie gesagt, ich rede hier über meine persönliche Erfahrung, ich bin kein Arzt und ich bin auch kein, ja, also ich bin kein Neurobiologe, ich habe mich nur sehr, sehr, sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt, deswegen kann ich euch das aus Erfahrung sagen. Alles, was euch grundsätzlich hilft, in einem guten, mentalen und wachen Zustand zu sein, hilft euch auch beim Üben. Das heißt, wenn es das ist, dass ihr euch zwischendurch ein bisschen dehnt, in den Pausen auch, oder dass ihr Atemübungen macht oder dass ihr vielleicht eine kleine Yoga-Einheit zwischen dem Üben macht, das sind alles Sachen, die ihr könnt ihr ausprobieren und gucken, ob sie euer Üben verbessern. Ich kann euch sagen, dass es das Üben verbessert, zumindest war es bei mir so, war es bei mir so. Ihr könnt das natürlich mal ausprobieren, denn grundsätzlich ist es ja so, ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn ihr dann anfangt zu üben und ihr merkt schon, das wird heute nichts, weil ihr einfach merkt, das ist heute nicht der Tag dafür oder ich kann mich nicht gut konzentrieren. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Nachfrage für dieses Thema so hoch gewesen, denn dieses Problem mit der Konzentration, das hat ja mehrere Ursachen. Also sagen wir mal, es kann unterschiedliche Ursachen haben, aber es kann auch mehrere Ursachen gleichzeitig haben. Natürlich ist auch Motivation ein Thema, darüber braucht man gar nicht zu reden. Wenn ich nicht weiß, wofür ich das übe, was ich da übe, dann ist es auch schwierig, da irgendwie konzentriert beizubleiben. Also Motivation ist von Konzentration nicht so weit weg, beziehungsweise kann man nicht wirklich trennen. Aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, neben der Motivation, also dass man natürlich weiß, warum man übt, ist es klar. Also ich brauche euch jetzt nicht zu erklären, dass ihr irgendwie euer Warum kennen müsst. Also ich glaube, das ist, ich glaube, das habt ihr mittlerweile verstanden in meinem Podcast. Wenn ihr jetzt hier jetzt frisch reinsteigt, dann hört mal von vorne. Aber wenn ihr jetzt schon länger folgt, dann wisst ihr, wie ich dazu stehe. Motivation ist natürlich grundsätzlich ein Ding, wenn ich unmotiviert und, ja, und irgendwie keinen Bock habe heute, dann kann ich mich echt nur schwer konzentrieren. Es liegt einfach daran, dass mein Körper und mein Geist nicht darauf eingestellt ist. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich durchbeißen, wenn es wirklich notwendig ist, weil irgendwas Wichtiges ansteht, eine Prüfung, ein wichtiges Konzert, eine Aufnahme, was auch immer. Dann kann ich mich durchbeißen oder ich gebe meinem Körper nach und frage ihn, was brauchst du gerade? Das ist übrigens eine tolle Frage, die man seinem Körper oder seinem Inneres stellen darf, wenn man merkt, es geht gerade nicht. Sei es jetzt Konzentration oder sei es jetzt das Gefühl, beim Üben irgendwie nicht voranzukommen oder sei es jetzt auch beim Lernen oder was auch immer. Also wenn ihr merkt, Entschuldigung, wenn ihr merkt, ihr könnt euch nicht gut konzentrieren und eure Gedanken sind die ganze Zeit woanders, weil genau das ist ja auch das, was dann fehlende Konzentration ausmacht, dass man seine Gedanken und seinen Fokus woanders hat und nicht beim Üben, dann fragt euch doch mal, was braucht mein Körper gerade oder was braucht mein Geist gerade? Brauche ich vielleicht eine Pause? Also brauche ich vielleicht eine längere Pause? Sprich einfach mal einen ganzen Tag? Sollte ich einfach heute mein Instrument einpacken und sagen, ich lasse das für heute? Das ist übrigens der beste Tipp, den ich euch geben kann, wenn es wirklich so ist, dass es gar nichts geht, dann macht es nicht mit der Brechstange. Dafür ist, ganz ehrlich, dafür habt ihr noch genug Zeit. Also im Moment sowieso, also ihr müsst euch momentan wirklich nicht mit der Brechstange durch solche Tage prügeln, weil es stehen keine großen Sachen an. Also vielleicht habt ihr eine Prüfung, ja, aber es gibt keine Konzerte und all das. Das hat ja dann zum Vorteil, dass man sich dann auch einfach mal eine Pause gönnen kann. Oder man sagt dann, okay, ich übe jetzt nicht, aber ich spiele mal eine Runde. Ich spiele mal ein Stück, was ich gerne spiele oder ich spiele ein bisschen vom Blatt oder ich spiele ein bisschen leichte Literatur von meinen Schülern oder so. Das mache ich am Klavier vor allem sehr, sehr gerne, wenn ich merke, es geht nicht mehr. Und ich habe aber noch Kraft und habe eigentlich noch Lust zu spielen, aber mein Gehirn sagt so, ey, Alter, ich, ja. Dann packe ich ganz oft die Schülerliteratur aus, also die Stücke, die ich mit meinen Schülern so mache, auch so Filmmusik-Sachen und so. Und die spiele ich dann einfach vom Blatt oder ich spiele die einfach so ein bisschen vor mich hin. Auf der Flöte spiele ich dann auch manchmal einfach Stücke, die ich gerne spiele, die ich gut kann. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man dann wenigstens irgendwas macht. Aber es gibt auch Tage, wo es einfach gar nicht geht. Und das zeigt sich ja nicht nur durch die Konzentration, sondern es zeigt sich ja oft auch durch den Körper, dass man verkrampft ist, dass gerade bei den Fingern oft so, dass wenn die Finger fest sind und man merkt so, irgendwie ist so ein bisschen, als hätte man Eisklöpse als Finger. Dann ist es nicht so ratsam, weiterzuüben. Aus verschiedenen Gründen. Aber ich finde vor allem natürlich aus gesundheitlichen und aus mentalen Gründen, denn sich da zu treten, ist, finde ich, an der Stelle der falsche Ehrgeiz. Also natürlich muss man im Musikstudium, auch darüber brauchen wir uns nicht zu streiten, eine gewisse Form von Ehrgeiz und Disziplin entwickeln. Das ist ganz klar. Das weiß jeder Musiker, der sich mit einem Instrument beschäftigt oder mit seiner Stimme. Aber nicht um jeden Preis. Und ich finde, wenn ihr das Problem habt, momentan auch vielleicht, vielleicht durch den Lockdown oder auch wie auch immer, wenn ihr momentan das Problem habt, dass ihr unkonzentriert beim Üben seid, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Deswegen überlegt euch mal genau, was es sein könnte. Liegt es einfach daran, dass ich vielleicht nicht gut schlafe, dass ich nicht früh ins Bett gehe, weil ich irgendwie in diesem Lockdown-Modus hänge und irgendwie nicht so wirklich weiß, mit meinem Leben anzufangen, was völlig verständlich ist, so geht es übrigens gerade wahrscheinlich 90 Prozent der Republik. Also liegt es vielleicht daran, dass ich nicht gut schlafe, dass ich nicht gut ausgeschlafen bin oder liegt es vielleicht daran, dass ich gerade keine Motivation habe, zu üben? Das war bei mir einfach jetzt so die letzten Monate so. Ich hatte unfassbare Probleme damit, mich zu motivieren, zu üben. Und dann war natürlich auch die Konzentration nicht da. Dann sind meine Gedanken ständig woanders und das macht ja auch keinen Spaß. Das ist ja keine produktive Übereinheit. Im Gegenteil, man fühlt sich danach einfach richtig beschissen. Oder ist es das, dass ich einfach müde bin? Also nicht, weil ich zu wenig geschlafen habe, sondern weil einfach der Tag schon so lang war. Also jeder, der unterrichtet zum Beispiel, weiß, dass nach einem 6- oder 7-Stunden-Unterrichtstag ich nicht abends noch üben kann. Das braucht man gar nicht zu versuchen. Also ihr könnt es gerne mal probieren, aber das wird nichts. Das könnt ihr komplett knicken. Da ist einfach, sagen wir mal, die Energie, die unser Gehirn aufbringen kann, um sich aufmerksamer auf etwas zu fokussieren, die ist durch. Das heißt, wenn, dann übt er bitte vor dem Unterrichtstag und nicht danach. Ja, also der Zustand, sagen wir mal, der Zustand unseres Gehirns ist natürlich eklatant wichtig dafür, wie unsere Übereinheit ist. Natürlich auch, wie unsere Gliedmaßen, also die Extremitäten, die wir halt zum Üben oder zum Spielen des Instruments brauchen. Aber noch viel wichtiger ist, dass unser Geist wach ist. Und da darf man sich diese Frage mal stellen. Ich finde, das ist eine sehr gute Übung. Ich kann euch das sehr empfehlen, das einfach mal die Woche auszuprobieren. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr unkonzentriert seid, dann guckt doch mal, was euer Körper gerade will oder was euer Geist gerade, nach was er verlangt. Weil irgendwas, irgendwas scheint ihn ja umzutreiben, sonst wäre er ja fokussiert bei der Sache. Sollte es darum gehen, dass ihr ganz viele Gedanken habt, das kenne ich auch, das ist so ein bisschen, so eine Form von Prokrastination beim Üben, dann kann ich natürlich Braindumps sehr empfehlen. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, aber ich erkläre es auch hier jetzt noch mal ganz kurz. Legt euch einfach einen weißen Zettel neben euren Notenständer, wo ihr übt oder an euer Instrument. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid unkonzentriert, weil euch ständig Gedanken oder Ideen durch den Kopf liegen oder Sachen, die ihr noch erledigen müsst, so To-Dos, wenn ihr das Gefühl also habt, dass ihr nicht gut üben könnt, weil ihr euch nicht konzentrieren könnt, weil ihr Kopf zu voll ist, dann macht ein Braindump. Dann schießt das mal alles raus, guckt, dass ihr in diesen unfassbar angenehmen, Zustand der Leere in eurem Kopf kommt. Legt das Blatt beiseite und dann könnt ihr weiter üben. Ihr könnt ja danach im Üben auf dem Braindump gucken, was von dem ist wichtig, was ist wichtig und dringend, was ist dringend, was ist nicht wichtig und was ist nicht dringend. Eisenhower-Technik, sage ich da noch mal dazu. Das ist natürlich eine sehr gute Form, um dann mit so einem Braindump umzugehen. Auch das kann ich natürlich beim Üben empfehlen. Wenn ihr merkt, euer Kopf platzt aus allen Nähten, dann kann man sich auch nicht konzentrieren. Also Konzentration, ich habe das jetzt extra nicht wissenschaftlich aufgebereitet oder so. Ich hätte natürlich jetzt auch hier irgendwie mit irgendwelchen Studien um die Ecke kommen können und so. Aber das wäre nicht mein Ding. Das wäre auch nicht der Ort dafür, dass ich hier sowas mache. Aber im Prinzip, weil ich habe mich sehr viel mit Neurobiologie beschäftigt, kommt das natürlich alles aus dieser Disziplin. und wenn ihr grundsätzlich Probleme habt, euch momentan zu konzentrieren, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Thema. Denn wenn es einem einfach auch mental nicht gut geht durch diese Lockdown-Zeit, und das kann ich total nachempfinden, dann hat das natürlich Auswirkungen auf all unsere körperlichen Funktionen, auch auf die Gehirnfunktionen. Und da kann ich natürlich Entspannungstechniken empfehlen. Ich selber meditiere. Yoga könnte auf YouTube einfach irgendein Yoga-Programm machen und einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Dafür müsst ihr jetzt keine Vorkenntnisse haben. Ich kann euch zum Beispiel Mehdi Morrison sehr empfehlen. Die habe ich, glaube ich, hier auf dem Podcast auch schon öfter empfohlen, wenn es um Yoga ging oder Wanderbadwall. Das sind beides wirklich tolle auf YouTube zu findende Yoga-Kanäle. Da gibt es aber noch haufenweise andere. Es gibt auch englischsprachig wunderbar tolle YouTuber, die da Yoga machen oder Pilates. Bewegung ist natürlich auch was. Wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt beim Üben, dann geht mal eine Runde spazieren, geht eine Runde joggen oder fahrt eine Runde Fahrrad. Also wenn ihr Konzentrationsschwierigkeiten habt grundsätzlich, dann hilft meistens Bewegung, um auch Gedanken, die vielleicht verstopft sind im Gehirn, mal in Gang zu kriegen oder über Probleme nachzudenken. Weil es ist natürlich der beschissenste Zeitpunkt, sind wir ehrlich, wenn man beim Üben ist und dann fängt plötzlich unser Gehirn an, über irgendwelche Probleme nachzudenken. Weil das Gehirn sollte sich ja eigentlich jetzt bitte darum kümmern, mit mir zu üben. Dazu muss man aber auch noch wissen, dass 95 Prozent unserer Handwerks und Lungen und Entscheidungen unserer Gehirnaktivität nun mal unterbewusst ablaufen. Das heißt, mit den 5 Prozent, mit denen ihr übt, mit denen ihr überhaupt üben könnt, das ist schon nicht so viel. Und wenn von den 5 Prozent noch 3 Prozent sich mit irgendeinem Bullshit beschäftigen, der gerade abgeht, in eurem Kopf, dann habt ihr nicht mehr viel Prozent von eurem Gehirn zur Verfügung zum Üben. Das ist jetzt ein bisschen komisch dargestellt, aber genau das ist es. Also 95 Prozent unserer Gehirnaktivität ist unterbewusstsein. Und nur 5 Prozent von der Gehirnaktivität ist Bewusstsein. Und wenn dann auch selbst das Bewusstsein nicht mehr fokussiert ist auf eine bestimmte Tätigkeit, dann könnt ihr es ja komplett knicken. Und da braucht man sich auch keinen Stress zu machen. Also bitte setzt euch nicht unter Druck mit dem Thema. Ich habe euch jetzt ein paar Tipps mit an die Hand gegeben. Also natürlich einmal Handy ist eine Riesenablenkung. Ablenkungen generell sind natürlich schwierig, wenn man Konzentration oben halten will. Ausreichend Pausen machen, ausreichend zu trinken, einen Braindump zu machen. Das könnt ihr auch im Handy machen natürlich, wenn ihr jetzt kein Papier zur Hand habt. Dann macht ihr halt eine Notiz-App auf dem Handy auf. Das kann man übrigens auch im Flugmodus machen. Und dann schreibt ihr einfach alles auf, was euch durch den Kopf liegt. Oder wenn euch wirklich jetzt gerade irgendwas umtreibt und irgendwelche Probleme euch beschäftigen und ihr habt das Gefühl, ihr wollt jetzt darüber nachdenken. Also euer Inneres sagt euch, ich möchte jetzt über dieses Problem nachdenken und nicht üben. Dann geht spazieren und denkt über das Problem nach. Nachdenken ist nicht verboten. Unsere Gedanken sind frei. Das sind Sätze, die kennt ihr vielleicht aus anderem Zusammenhang, aber genau das ist es. Wir dürfen immer noch nachdenken. Wir müssen uns nicht das Denken abnehmen lassen und wir müssen uns auch nicht das Denken verbieten. Dass wir jetzt sagen, nein, ich will jetzt aber nicht über das Problem nachdenken. Ja, manchmal ist es besser, sich abzulenken. Aber wenn euer Gehirn euch immer wieder zu derselben Problematik führt und sagt, hier das und das und das, das läuft irgendwie hier nicht, so wie ich das gerne hätte, dann denkt man darüber nach. Und ja, lasst mal den Gedanken freien Lauf. In dem Zustand kann man natürlich nicht üben. Genau. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, locker zu bleiben bei der ganzen Thematik. Es gibt Tage, es wird immer Tage geben, an denen ihr mal keinen Bock habt. Es wird auch Tage geben, an denen seid ihr einfach kaputt. Ach so, ausreichend schlafen natürlich. Also, wacher Zustand habe ich noch vergessen als Tipp. Es wird immer Tage geben, wo es einmal scheiße geht. Es wird immer mal Tage geben. Momentan habe ich auch das Gefühl, es gibt mehr Tage, wo es mir scheiße geht, als wo es mir gut geht. Das wird nicht nur mir so gehen. Ich bin sicher, da geht es noch nach anderen da draußen so. Aber grundsätzlich ist das normal. Und ihr dürft das zulassen. Es darf euch auch mal dreckig gehen. Ihr dürft euch mit einer Wärmflasche, so wie ich jetzt, mit einer Wärmflasche und einer Decke auf eure Couch legen und entweder einen Film gucken oder eine Serie gucken oder ein Buch lesen und einfach mal chillen. Ich nehme halt jetzt eine Podcast-Folge auf und sich einfach mal diese Auszeit zu nehmen. Pausen und Auszeit ist ja eigentlich dasselbe. Und Auszeit sagt ja schon aus der Zeit heraus. Die Zeit läuft trotzdem weiter. Aber man kann, finde ich, für sich das, sich das gönnen. Das ist, glaube ich, was man da ganz klar sagen muss, sich das zu gönnen, Auszeiten zu nehmen und sich nicht unter Druck zu setzen mit dem Thema. Also wenn ihr unkonzentriert beim Üben seid und ihr könnt es euch leisten, dann lasst es. Dann probiert es am nächsten Tag oder probiert es ein paar Stunden später. Ihr müsst nicht den ganzen Tag warten, aber manchmal ist es besser, wenn man dann aufhört und einfach eine Pause macht und dann weitermacht. Und dann startet man oft mit einer ganz anderen Energie ins Üben, als ihr in der anderen sozusagen Übe-Session reingegangen seid. Und ihr merkt das wahrscheinlich auch oft am Anfang schon, dass es nicht läuft. Also das passiert ja selten, dass es irgendwann im Laufe der Übereinheit kommt, sondern meistens ist man ja schon am Anfang unkonzentriert. Wenn man gen Ende unkonzentriert wird, dann ist das auch normal. Das hat auch was mit Müdigkeit zu tun. Aber wenn man schon am Anfang sich nicht fokussieren kann, dann ist manchmal auch die Möglichkeit, einfach aufzuhören. Und das erlauben wir uns oft gar nicht, weil, ja, wie können wir uns denn einfach, man kann ja nicht einfach nicht üben. Ja, doch. Ich sage euch besser nicht, seit wann ich nicht mehr, also wann ich das letzte Mal wirklich richtig eine Überroutine für mich hatte. Also das ist schon wirklich Monate her. Also das, was ich momentan habe, das hat mit Überroutine nichts zu tun. Aber es geht auch einfach für mich gerade nicht. Und das heißt, wenn ich übe, dann freue ich mich auch und dann habe ich auch Lust dazu, bin motiviert, aber ich habe keine Überroutine momentan. Und das ist meine Baustelle. Damit kann ich momentan ganz gut leben. Das ist okay für mich. Ich habe dafür andere Sachen, die gut routiniert ablaufen, aber das läuft bei mir zum Beispiel gerade gar nicht. Aber ja, die Konzentration ist natürlich da auch bei mir ein Ding, was für mich schwierig ist, weil ich mich eben dann nicht konzentrieren kann. Und das ist aber jetzt bei mir schon ein Dauerzustand mittlerweile. Aber ich weiß, warum es, also ich weiß, warum. Also ich kenne das Problem. Ich weiß, warum ich mich beim Üben selber nicht so gut konzentrieren kann. Warum ich mir auch gerade nur Schwermusik anhören kann. Das hat einfach was, das ist bei mir ein riesen emotionales Ding. Und brauche ich mir nichts selber vorzumachen, brauche ich mich nicht anzulügen, sondern da kann ich einfach ganz ehrlich zu mir sein, dass in dieser Zeit aktuell das einfach so ist. Und dann übe ich halt nicht so viel. Das ist meine Entscheidung. Das muss niemand so machen, wie ich das mache, aber das ist meine persönliche Denkweise darüber. So, jetzt habe ich hier 35 Minuten über Konzentration beim Üben schwadroniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen mitgeben und vielleicht ein paar Ideen, wenn es bei euch mal knackt, dass ihr wisst, was ihr machen könnt, was vielleicht auch das Problem ist. Ich persönlich finde immer den besten Tipp, den man geben kann, auf seinen Körper zu hören. Der weiß nämlich, was richtig für einen ist. das Bauchgefühl nicht zu ignorieren, sondern dem zu vertrauen. Und einfach mal selbst, sich selbst zu fragen. Sich selbst Fragen zu stellen ist übrigens, finde ich, eine der geilsten Tools in der persönlichen Weiterentwicklung. Fragen zu stellen. Nicht nur anderen, sondern auch sich selbst. Denn die meisten Antworten, oder ich bin der Meinung, eigentlich alle Antworten liegen in uns vergraben. Manche sind ein bisschen tief vergraben, da muss man ein bisschen länger wühlen. Aber eigentlich sind alle Antworten bereits in uns. Und das dürft ihr auch beim Üben in Angriff nehmen, dass ihr euch selber einfach mal Fragen stellt, wenn es nicht klappt oder wenn was nicht passt. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle zweite Lockdown-Woche. Naja gut, genau genommen ist es ja schon Woche Nummer vier oder fünf. Ich weiß jetzt gerade, ich komme auch durcheinander, aber für mich jetzt zweite in der Form Lockdown-Woche, weil ich halt online unterrichte. Sagen wir zweite Schulwoche im Lockdown, so könnte man es sagen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche. Bleibt gesund, bleibt mental gesund vor allem, weil das ist gerade die größte Gefahr, dass Menschen mental abdriften und das kann ich nur komplett nachvollziehen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu der Folge, schreibt mir auch Gedanken generell zu diesem Podcast, wenn ihr wollt. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jede Nachricht, wirklich sehr und ja, habt eine schöne Woche, macht es euch gemütlich, wenn es euch nicht so gut geht, macht euch eine Wärmflasche und legt euch auf die Couch, das wirkt Wunder und macht euch einen Tee und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020